Der amerikanische Präsident Joe Biden hat die erste Verwendung von langreichweitigen Raketen genehmigt, die von den USA in der Ukraine für Angriffe innerhalb Russlands bereitgestellt wurden, sagten US-Beamte. Laut der New York Times werden die Waffen wahrscheinlich zunächst gegen russische und nordkoreanische Truppen zum Schutz der ukrainischen Streitkräfte in der Region Kursk im westlichen Russland eingesetzt, sagten die Beamten, berichtet Butz Plus. Bidens Entscheidung markiert einen bedeutenden Wandel in der US-Politik. Die Wahl hat seine Berater gespalten und seine Änderung kommt zwei Monate bevor der neu gewählte Präsident Donald J. Trump sein Amt antritt und verspricht, die weitere Unterstützung für die Ukraine zu begrenzen. Die Erlaubnis für die Ukrainer, langreichweitige Raketen zu verwenden, die als Army-Taktikal-Missile-Systems oder Attackens bekannt sind, kam als Antwort auf die überraschende Entscheidung Russlands, nordkoreanische Truppen in den Kampf zu bringen, sagten die Beamten. Biden begann, die Beschränkungen für die Verwendung von von den USA gelieferten Waffen auf russischem Territorium zu lockern, nachdem Russland im Mai einen grenzüberschreitenden Angriff in Richtung Kharkiv, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, gestartet hatte. Um den Ukrainern zu helfen, Kharkiv zu verteidigen, erlaubte Biden ihnen, Hemars zu verwenden, die eine Reichweite von etwa 50 Meilen haben, liegen russische Truppen direkt jenseits der Grenze. Aber Biden erlaubte den Ukrainern nicht, Attackens mit einer längeren Reichweite zu verwenden, die eine Distanz von etwa 190 Meilen haben, zur Verteidigung von Kharkiv. Während die Beamten sagten, sie erwarteten nicht, dass die Änderung den Verlauf des Krieges grundlegend verändern würde, ist eines der Ziele der Politikänderung, sagten sie, den Nordkoreanern eine Botschaft zu senden, dass ihre Truppen verwundbar sind und sie keine weiteren Soldaten entsenden sollten. Die Beamten sagten, dass die Ukrainer wahrscheinlich die Raketen zunächst gegen russische und nordkoreanische Truppen einsetzen werden, die die ukrainischen Streitkräfte in Kurs bedrohen, beiden sie jedoch möglicherweise autorisieren könnte, die Waffen anderswo zu verwenden. Einige US-Beamte sagten, sie befürchteten, dass die Verwendung von Raketen durch die Ukraine jenseits der Grenzepräsident Wladimir Putin dazu bringen könnte, heftig gegen die Vereinigten Staaten und ihre Koalitionspartner zu reagieren. Die russische Armee wird einen großen Angriff mit rund 50.000 Soldaten, einschließlich nordkoreanischer Truppen, auf ukrainische Stellungen in Kursk-Staaten, mit dem Ziel, das gesamte russische Territorium zurückzuerobern, das die Ukrainer im August besetzt hatten. Die Ukrainer könnten Attackensraketen verwenden, um russische und nordkoreanische Truppen wichtige militärische Ausrüstungen, logistische Knotenpunkte, Munitionslager und Versorgungsleitungen tief in Russland zu treffen.